Kann ich dir irgendwo bei helfen? Ich meine, mein Haus ist ja fertig. Ich hole mir hier gerade ein bisschen Holz von dem Baum, den ihr anscheinend schon angefressen habt. Ansonsten mal meine Quests machen. Das wäre nicht verkehrt. Ansonsten meine Quests machen. Collect Wines. Oh, Wines muss ich collecten. Das macht Sinn. Ist das da meins? Das hier ist erstmal ein Täterwurz. Oh, hier habe ich einen Stein vergessen. Was für einen Stein? Ich hatte bei mir hier einen Stein vergessen. So, jetzt habe ich auf jeden Fall genug Holz. Ähm, Holzschwert. Perfekt. Das ist meiner hier. Der Todesstein ist meiner. Ich bin gerade gestorben. Da hast du eventuell gerade meinen Todesstein collectiert. Ne, hast du mich. Ich bin oben auf meinem Berg. Was ist denn ein Todesstern? Ein Todesstein. Okay. Ach, eine Brücke wollte ich noch bauen über den Fluss. Das finde ich ganz schlecht. Ich schlachte mal ein paar Schweine. Ne, das ist nur Moos. Kann schon. Hast du hier noch ein paar, hast du noch Weins für mich? Und die Defeatete Pixi. Kennst du noch die Pixi-Bücher, die es damals gab? Die es, glaube ich, immer noch gibt's. Diese, die komischen Dinger, die immer vor den Bücherläden. Ja, diese kleinen, 1 Euro, 1 Euro Bücher, diese kleinen dünnen Heftchen. Ah, ja. Die du als Kind gekauft hast. Die hat niemand jemals als Kind gekauft. Ich schon. Übrigens, Weins gibt's von Leafies, wenn du sie killst. Ich kill doch kein Leafie. Krum, es gibt so viel coolere Kreaturen. Was ist hier mal ein Baum? Aber keine süßeren. Hier ist nur Moos dran. Ja, gut. Dann geh ich halt hier mal an. Ja, wie gesagt. Wenn du hier Leafies killst, dann komm hier noch ein paar Grusen. Ich hab auch hier nur einen Weinbaum. Mann. Weins. Oh, keine gelbe Blume. Perfekt. Collect flowers. So. Amongst the trees. Tree leaves. Was? Was muss ich machen? Collect flowers. Amongst the tree leaves. Aha. Neves. So gut ist mein Englisch, nicht irgendwas mit flowers. Verdammt. Hätte ich mal in der Schule bis aufgepasst. Was soll ich jetzt hier craften? Irgendwas mit Baum. Gibt's hier irgendwo Blumen an Bäumen? Ja, die Blumen sind die anders gefärbten Blätter. Achso, vielleicht ist das damit gemeint. Ja, ist damit gemeint. Genau, das ist damit gemeint. Obwohl ich schlecht Englisch kann, habe ich es trotzdem noch verstanden. So, sehr schön. Wer baut denn Bäume von unten ab? Ich. Mach das nicht. Die Blätter verschwinden hier nicht. Das hat ich auch gemacht. Ich wollte ja nur noch Salz. Deswegen hab ich hier. Das andere kannst du als Brennstoff benutzen. Hier noch flower. Eine flower brauche ich hier noch. Nehme ich dich. Wood slabs müssten oben mittlerweile fertig sein. So collect beeswax amongst tree leaves. So beeswax. Das habe ich schon öfters gemacht. Damit muss man ja... Damit muss ich irgendwelche Sachen verdichten. Irgendwofür brauche ich das? Zum köpfen. Ja, wenn du gerade keinen Bock hast, welche zu suchen. Ich habe hier gerade was. Kannst du auch wieder aufsammeln. Vielleicht finde ich hier ja was. Ich bin gerade im Wald. Ja, Bienenwachs findet man eigentlich immer. Außer hier, da habe ich schon alles ausgeraubt. Alles abgebaut. So, jetzt müsste ich eigentlich nicht... Bienenwachs. Bevor ich mich hier verlaufe, bevor ich mich verlaufe, hole ich mir mal dein Bienenwachs. Ich komme zu dir. Hi. Ach da. Kleines Geschenk. Vielleicht noch irgendwas für dich hier. Ich habe hier Wines. Die könnte ich nur geben, dass du die brauchst. Brauchst du nicht? Ich werde die erst mal runtergehen und eine Mine neben deinem Haus bauen. Das ist sinnvoll. Ja, übrigens, wenn ihr den Bergabtrag, dann werdet ihr wahrscheinlich im Leben nie an irgendwelche guten Ressourcen kommen. Was werden wir jetzt machen? So, wo ist denn der tiefste Punkt? Das ist natürlich bei ihm. Eventuell kann ich später das Haus als Mini benutzen, aber sonst... Ähm... Machen wir einfach mal einen halbwegs akzeptablen Eingang. Ich habe jetzt tatsächlich noch was für dich, wenn ich das nicht schon verbraucht habe. Was ganz wertvoll ist. Kann ich dir mal mitbringen. Ich habe hier schon angefangen. Okay, cool, dann gehe ich da einfach mit. So. Ich habe ein Geschenk für dich. So, wo bist du? Ich baue gerade in den Berg. Ich bin gerade bei dem Bett. Bei dem Teleporter. Ja. Ich lege dir mal ein Geschenk hin. Ich lege dir gerade mal ein Geschenk hin. Was ganz, ganz wichtig ist. Das ist eine ganz wertvolle Sache. Ah, was, hast du gerade zufällig, äh, Dings Schweinescheiße dabei oder was? Nö. Schade. Viel Tonne. So, versuchen wir das so ein bisschen organisch reinzubauen. Geht schon. Äh, scheiße, mir geht der Stein aus. Das wird dann nachher eh niemand mehr sehen. Für deine neue Wohnung, für dein neues Haus, was du dir hier baust. Nein, ich baue hier jetzt eine Mine. Ihr habt die Grundlagen nicht mal vorm Spiel. Also, ich dachte, du wolltest dir ein Haus bauen, hier auf dem Berg. Das Haus ist zweitrangig. Das Wichtigste ist, erst mal die Ressourcen zu kriegen. Damit ich wieder halbwegs was... Ja, dann halt später. Was man in jedem Haus halt braucht, habe ich dir hier mal hingelegt. Ganz ja gebraucht. Schade ist nicht. Du hast doch Toilettenpapier übrig. Okay, cool. Ach, Mann. Ein Klopapier. Das hat mich ja gefreut, dass es hier Klopapier gibt. Das ist leider exklusives Klopapier. Also, damit es den Bohr abzuwischen, könnte ein bisschen schmerzhaft werden. Es steht doch nur in den werfbaren Items mit dabei. Das ist exklusiv. Es ist explosiv. Also, wenn du es wirfst, explodiert es. Schon ausprobiert? Ja, das hat ein Teil meiner Bude mal in die Luft gejagt. Okay, gut. Weil ich dachte, ich verwende es. Ähm, ähm, äh, ja, die Quests. Juhu. Feuerwerk. Collect stone from a cave. Craft in Prozessor. In the crafting tourist category. Process wood steps in Prozessor. Habe doch alles schon gemacht. Ja, das ist so schön. Das war jetzt das Spiel, aber nicht. Ich teleporte dich mal zu dir. Wo bist denn du? Ich bin unten bei deinem Haus und baue hier gerade in den Berg eine Miebe. Okay. Also, was du gesagt hast, dreimal. Am Haus bin ich jetzt auch. So, ups. Pack mit zwei Fackeln ran. Dammt noch mal, hau da ab. So ist gut. Oh, eine Miebe. Ja. Interessant. Ich versuche es zumindest. Sieht doch halbwegs noch was aus, oder? Muss man noch außenrum noch ein bisschen hübscher machen. Ja, gut. Ich habe halt gerade nicht die Ressourcen dazu, sonst würde ich es machen. Ich quere hier ein kleines Tierchen. In die Mine rein. Die Mine hat es auch hier bauen können, Modi. Wo wir sie schon angefangen haben. Hier haben wir ja in den Berg rein gebaut. Hier. Hier sind schon ein paar Fackeln, die darunter führen. Tief hinein. Modi, komm mal her. Hier. Ach, hey, cool. Hier sind wir schon tief runter. Äh, ja, ihr seid dort. Das ist nicht tief. Ich weiß, aber hier sind wir vergleichsweise zu deiner Miene dort. Ja, gut, aber man sieht doch gut aus. Das war halt unser erstes Haus hier im Berg. Da siehst du, da siehst du, weil da eine Tür vor mir für mich doch drin ist. Die Tür haben wir dann fürs Haus benutzt. So, ich habe eine Quest. Collect Stone, Craft a Prozessor. Ähm, Prozessor. Craft, Prozessor. Extraktor. Ach so, der Prozessor. Was ist noch ein Prozessor? Ich kaufte dir einen Prozessor, kannst du dann benutzen. Ich habe schon einen oben. Ich habe auch schon einen. Du musst dann wegwerfen. Obsidian Leggans. Ich brauche jetzt nur noch ein bisschen Holz. Oh, ich habe noch. Obsidian Armgarnots. Aha, interessant. Kann man das? Nein, kann man nicht. Scheiß. Ja, das holen wir gerade alles. Prozessor muss ich bauen. Einen Beacon kann ich hier bauen. Was bringt das? Was bringt das, wenn man einen Beacon hat? Marked Locations in the World. Aha, okay. Beacon? Ähm. Prozessor. Habe ich, glaube ich, gar nicht. Da brauche ich Stein für. Ja, ich glaube, das Beacon habe ich nie gemacht. Dann kannst du halt, das ist halt Leuchtfeuer. Du kannst halt. Das ist noch eins zu hoch, verdammt. Du kannst halt, wenn du auf Wanderschaft gehst, kannst du ein hohes Licht aufbauen hier. Damit du wieder nach Hause flimmst. Dafür ist das da. Den einen hinten. Crafted Prozessor. Prozessor. Damit ich jetzt mal wieder Gaming machen kann. Schön Prozessor gecraftet. Ich gucke gerade, was man für Türen braucht. Ich wusste, eine scheiß Prozessor. Ich habe schon einen Block. Ach, das ist ja ein Kampf auf die Bäume hochzukommen. Wir haben hier noch irgendwo welches. Türen. Wahrscheinlich. Prozessor. Oh, wir haben tatsächlich noch Bienenwachsen. Oh, toll. Das ist der Prozessor. Craft. Sehr schön. Großartig. Jetzt muss ich eine Treppe in den Baum bauen. Na, wobei, geht doch. Aha. Wieso baust du Treppen an deinen Baum? Ja, aber ich soll es nicht an das Bienenwachs rankommen. Aha. Prozessor. Wood Slabs in die Prozessor. Ich brauche den Baum einfach direkt ab. Oh, gelbe Blumen. Hey. Wood Slabs. Okay. Hier habe ich Wood. Machen wir Slabs draus. Wie viele Wood Slabs brauche ich? Zwei. Das ist ja gleich erledigt. So, Quest erledigt. Juhu. Jetzt habe ich auch Leverpulldrohnen erhalten. So eine Ledermünze. Was auch immer das ist. Äh, Rüstung. Re-Scout hier. Ach, jetzt habe ich mehrere Quests. Block and a hard place. Brick by Wicks. Branching out. Self-Defense. Ihr kannst alle nacheinander abarbeiten. Je nachdem, was ich gerade erkläre. Ich hoffe, du gerade Lust hast. Discover Liebharts in the Swamp Plants. Swamp Plants muss ich hin. Das muss ich in Swamp Plants gleich erweisen oder was. Ja, das sind die Erkundungs-Quests. Sie nimmt man eigentlich erst später an. Weil... Okay, dann lassen wir es. Man baut halt erstmal eine Basis, ne? Bricks by Bricks. Obtain a cornerstone from the blueprint menu. Das musst du auch nicht machen. Das hast du nämlich gerade mit dem Zwerg schon erledigt gehabt. Aber die Quests habe ich noch nicht. Ja, hast du halt zu früh gemacht. Passiert. Kann ich hier nochmal was machen? Ne, habe ich hier keine Dinge ins Meer. Verdammt. Place the cornerstone to start building complete blueprints. Verdammt. Oh, Snowstairs und Dirtstairs kann ich machen. Craft and Extractor. Extracted Kohlen in der Frosse. Das kann man gar nicht machen. Craft and Extractor. Extractor habe ich hier. Vorher habe ich das Bienenwachs jetzt nochmal abgebaut. Gott, ich vergesse so viel. Stone Slabs brauche ich dafür. Okay, cool. Nur noch zwei Holz. Müsste hier auch noch irgendwo ein Baum sein. Wenn ihr nicht wirklich alles abgegrast habt. Bestimmt nicht. Ne, mit Sicherheit nicht. Ich habe wahrscheinlich die Äste nicht mitgenommen. Dafür waren wir zu unprofessionell. Genau. Extractor. Extractor. Sehr schön. Extractor. Sehr gut, der Extractor. Schön. Und wo finde ich jetzt Kohle zum Extrakten? In der Mine? Ja, du kannst schon mal anfangen runterzubauen. Beziehungsweise kannst du ja eure benutzen. Ja, und wo muss der Kohle sein? Sie muss erst mal Extracten. Kohle ist super häufig. Die findest du. Moment. Hast du noch nie Kohle gehabt hier? Bestimmt nicht. Das hat der Lars alles gemacht. Ah, okay, ja. Das erklärt einiges. Ich nehme ich noch Fackeln. Extractors habe ich glaube ich noch nie wirklich benutzt. Oh nein. Au. Au. Hey, ich habe Holz gefunden. Stone. Bedrock. Das müsste jetzt für Türen reichen. Okay, ich bin ja vom Bedrock. Das heißt, ich bin tief. Zwei Türen, perfekt. Und wo ist denn die Kohle? So. Require Stone Mining Cell. Ist jetzt meine Stone Mining Cell kaputt gegangen oder was? Ja. Die Mine ist offiziell eröffnet. Ähm, ich kann nichts mehr abbauen. Ja, die ist deine Mining Cell kaputt gegangen. Sehr schön. Mhm. Ich mache die Mine einfach mal zwei breit. Also wenn du Kohle findest, dann sag mir Bescheid. Dann ex-deutsche ich das. Äh, ja, Moment. Ich muss mir mal meinen Handschuh bauen. Oh, du hast einen Prozessor direkt hier. Stone Mining Cell. Da brauche ich nur ein bisschen Kohle für. Fünf Kohle brauche ich dafür. Ansonsten habe ich schon alles. Ist ja passend. Ich shoppe mal eben kurz acht Stöcke hier. Oh, eine Tür für die Mine. Das ist eigentlich wirklich cool. Oh, das kann ich ja abbauen. Stein kann ich ja abbauen hier. Das kann ich ja für die Mining Cell. Ja, natürlich. Für den Stein brauchst du auch keine Mining Cell. Ich habe hier eine Mining Cell, aber keine Stone Mining Cell. Ja. Ah, perfekt. Ich kann die guten Fackeln machen. Es sind nicht die, die in der Wohnung drin hängen. Hä? Es sind nicht die, die in meiner Wohnung drin hängen. Äh, dunkel. Mach Licht. Nee, ich meine schon die hier. Ich habe die hier. Ja, du hast die Moosfackeln. Die sind aber richtig scheiße im Vergleich. Tja. Habe ich noch nicht rausgefunden. Oh, hier ist Kohle, oder? Du hast Kohle gefunden. Warte kurz. Ich habe einen Extractor. Ich kann mich abbauen. Extractor. Ja, für die Extractoren, äh... Ruf ich dich, ich lege das Zeug einfach nur frei. Ich habe nämlich gerade keine dabei. Ich brauche hier nur eine. Achtung, hinter dir. Kohle. So, wir müssen als erstes mal auf das Fossil-Lap. Ich trinke mal gerade einen Schluck. Eine Stunde nichts getrunken. Schon ein bisschen Kohle collected. Ah, jetzt kann ich auch Cold Torch machen. TNT kann ich. Und machen. Tja, tja. Ach, das ist jetzt diese. Das ist die andere. Die professionelle Fackel. Crafts. Ja, die tatsächlich zu was zu gebrauchen ist. Da brauche ich aber Wood Swords für. Habe ich noch in der Kiste drüben. Ja. Hast du gerade Arc-Steine dabei? Bestimmt nicht. Bartkatz. Ah, jetzt kann ich mir Stone Mining Cell machen. Sehr gut. Dafür habe ich die Kohle abgebaut. Hier ist übrigens noch sehr viel mehr Kohle. Die kannst du auch gleich... Ah, jetzt habe ich wieder. Los, du müsstest einen Haufen Prozessoren haben. Ich hole mir noch ein paar aus meiner Wohnung. Da müsste ich noch einige drin haben. Kann ich mir den Ding halt auch mal was ablagern hier. Ah, okay. Perfekt. Ich bin schon bei Bedrock. Aha. Ja, das heißt, vielleicht bin ich beim Fossil Level. Dann können wir Obsidian finden. Die Fackel nehme ich mal wieder mit. Ah, da war nichts. Ich habe ein Spielzeugschwert hier. Ich habe schon Bosse mit einem Holzschwert umgebracht. So, hier Extractoren würde ich mitnehmen. Extractor. Oh, da hat sich eine Quest angelegt. Sehr schön. Ja, das sind wir doch hier. Genügend. Ich habe hier sogar einen Advanced Extractor. Super Extractor und Extractor. Super Extractor ist der Beste. Und was mit dem Advanced Extractor? Oh, da hat Magnetit gefunden. Yes. Und was mit dem Advanced Extractor? Der ist nicht so gut. Tatsächlich. Und Fossile. Oh mein Gott, ihr habt hier eine richtig geile Welt. Aha, wie du meinst. Ich komme mal zu dir runter. Ja. Ich mache hier mal ein bisschen Kohlen. Ich weiß es nicht. Ich baue mal hier ein paar Extractoren hin. Ich würde nämlich die Ada hier mitnehmen. Die ist nämlich wirklich gewaltig. Ich baue hier gerade mal einen Extractor hin. Ähm. Ich weiß nicht, wenn ich press Breaching Out. Defeated Leafies in Grassland or Forest. Collected Bone. From Creators. Project Ryan. Prozessor. Gift Stone Sword. Ja, Stone Sword könnte ich mal gebrauchen. Das wäre nicht schlecht. Cornerstone. Was machen? Cornerstone. Die Magnetid brauche ich hier glaube ich nicht. Okay, super. Dann nehme ich das mal mit. Weil so eine Ader, die sollte man wirklich... Die sollte man nicht ignorieren. Oh mein Gott, die Ender... Oh, Collected Magnetid. Sorry. Ja. Collected Magnetid. Hier habe ich gerade eine Quest freigeschaltet. Magnetid. Äh, ich stufe es mir in den Kopf hier die ganze Zeit. Autsch. 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 Ich gebe dir sicher nicht alle 10. Ich brauche auch eine Obsidianzelle. Oh, hier ist Magnetid. Hey. Wo ist Magnetid? Dann baue ich mir noch einen ab. Gebt her. Ich sehe nichts. Ach, tot. Sehr schön, Magnetid. Das müsste doch reichen für eine Obsidianzelle. Gut, wenn du es restlich nicht willst, dann nehme ich es gerade noch. Magnetid habe ich ja hier. Badrock brauche ich. Das findest du überall. Einfach ein bisschen graben. Badrock brauche ich. Dann brauche ich noch Stone Slap und Obsidian brauche ich noch. Stone Slap kannst du im Prozessor machen und Obsidian, das suchen wir. Das ist Limestone. Das ist Limestone. Was ist mit Badrock? Findet man, glaube ich, ganz unten. Aber kann ich das schon abbauen, oder? Badrock müsste das Zeug hier sein. Welches Zeug? Das hier. Das hier. Badrock, sehr schön. Und das ist Kohle. Ja, hier kannst du gleich mal rausprozessieren, die brauchen wir immer. Ich habe da oben noch eine Prozessor. Au, 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 au. Ich glaube, du musst die Decke ein bisschen höher bauen. Stoß mir den Kopf. Ja, das mache ich gleich. Ich habe hier schon angefangen. Hier ist noch mehr Magnetid. Was ist denn mit diesem... Hier ist noch ein bisschen Kohle, hier sollte ich mal ein bisschen... Ich habe heute früh für Stunden Magnetik gesucht. Tja. Hier einfach zwei Minuten. Das ist ja praktisch. Vorführeffekt. Sehr schön, hier noch ein Extraktor. Hier auch machen wir, dann können wir die Drohne auch schön stapeln. Auch, au, 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 au ich bin gefangen du kannst du mal in deinen kisten nachgucken ob du irgendwo einen arkstein hast insgesamt ich befürchte nein ob du noch vier arksteine irgendwo hast ich könnte ich muss kurz das machen rein setzen aktualisiert kodex die viel liefst du erst an sich das muss gleich noch machen das körper flossen grassland cornerstone und was ist mit der magnetite task collect magnetite aber ich noch zwei ich muss noch zwei mal geht es muss nur obsidian um sie meinen zellen muss dann noch kraften doch noch zwei mal die tit hast noch hier irgendwo zwei mal die tit gerade nicht moment ich fülle kurz die lücken mit dem ganzen vielleicht kannst du was vielleicht kannst ja dass der magnetite auf boden legen kannst ja so kannst du kannst du so können wir das teilen so kannst du das teilen nehmen einfach was auf dem boden nehmen wir ein stück dann baue ich es ab ja wie viele brauchst du zwei glaube ich zwei stück okay habe ich noch 18 dann kann ich mir noch zwei sehr schön extra obsidian ohr was obsidian ohr das werden wir jetzt gleich suchen aber wie gesagt kannst du in deinen kisten kurz nach einem art stein mal mache ich würde er grad hoch ja weil die lichtheit ist hier unten sind echt scheiße aber wir müssen dann glaube ich gleich mal die aufnahmen bänden weil wir haben die stündischen vor die zeit vergeht schnell wenn man spaß hat offensichtlich hier ist nacht kreatur im minen eingang ist übrigens mittlerweile schon wieder tat geworden so mein kisten was durchsuchen ja macht mir keine sorgen um den night rockstar den kriegt man recht gut mit einem holzschwert und was gesagt ist ja noch was suchen ich so noch was nach akstein stellen die leuchtenden blauen dinge möchten blaue dinge ich habe hier leuchtend weiße dinge und das haben auch haunt ite warte das ist wahrscheinlich eine quest von mir ich habe nicht alles abbauen ich habe keinen prozessor dabei alles cool ähm welchen blaue dinge habe ich hier nicht sieht nicht so aus arkstone ja doch hier zwei habe ich ok ja ist besser als nichts recht nicht ganz für eine laterne aber bring ich dir mit ja zwei reichen für gar nichts oh moment ähm ich lock mich mal ganz kurz aus und guck ähm wie weit bei mir die kisten sind dann finde ich vielleicht noch welche ok ja ähm dreiviertel stunde brauchst du noch was braucht es dreiviertel stunde jetzt ich meine gratis kisten ab ach so bei mir wahrscheinlich länger ach so hi willkommen zurück ich hab hier ich kann dir das gerade auf dem boden ähm ja moment ich spawne gerade neben dir schön ich lade noch und perfekt dann kann ich mich später dran machen die zu finden ok gut hier oben haben wir obsidian erz direkt hinter dir ich hab mich fackeln sehr schön auf der acht eine fackel schön ach hier ist obsidian reicht dafür ein einfacher extraktor oder kann man da die extraktoren die gehen bei allem ist nur unterschiedlich wie viel zeug du rauskriegst und wie viel dann nehme ich den äh du reingeben musst nehme ich den super extraktor habe ich gerade genug zeug für den prozessor dabei wäre hier sehr nützlich ne so sehr schön ist bestimmt irgendeine quest extrakt obsidian ohr steht dort 10 stück muss ich extraken ja gib dem zeug ein bisschen zeit dann hast du die 10 ist das ohr oder das ist das erz hier ja 17 komm da raus sehr schön dann muss ich dem einig sehr dann mach ich mir meine meinigse ich hole mir in der zeit kurz ein bisschen holz 6 dann kann ich noch einen prozessor unten hinpacken und dann 7,8 sind wir sehr viel glücklicher 9 und 10 jetzt mach ich mir noch meine obsidian wieso mach ich denn was machst du ich wollte gerade einen prozessor bauen dann ist mir eingefallen wir haben doch oben an der miene einen unnötigen stehen ja ich brauche noch starslab und obsidian wo kriege ich jetzt obsidian her was nicht slap ist was nicht das machst du in der forge glaube ich oh die kann ich gerade bauen moment ach so im ofen kann man das da bauen wir hier im ofen ja ich baue hier einfach die brauche ich für meine obsidian den brauche ich für meine obsidian den brauche ich für meine obsidian stell mal hin ja ich würde sagen einmal hier der prozessor und einmal hier die forge so obsidian was überlege ich eigentlich gerade oh ich habe jetzt sehr viel obsidian ach cool dann forge mal bringt aber nichts kann ich gar nicht ach so doch muss man nur holz reinhauen dann geht es gerade straight runter ja aber das brennt nicht da muss noch etwas dabei ne glaube ich nicht ach das ist die kohle das ist und hier oben dann in der stone oase obsidian ich mache mal hier eine ganze menge wie viel brauche ich für die tier besieges haus platz ach ok jetzt kann ich neue sachen machen hast du die tür oben offen gelassen kann sein hier sind sehr viele tiere haben wir ein bisschen gesellschaft gegen die wir keine chance haben so haben wir ein bisschen gesellschaft ach 4 4 obsidian brauche ich noch und oh ich habe sogar habe ich schon genug für die splittergranate ach verdammt tnt können wir bauen ich brauche dann auch gerade ein bisschen obsidian sekunde ich mache noch wein fertig ich habe genügend ich habe genügend ich brauche nur noch stone slab ja und ich brauche noch wood slabs im moment stone slabs ah cool wie viele stone slabs brauche ich zwei na gut dann sind wir gleich fertig ich kann nicht mehr in die guten Fackeln ne die sind irgendwie rausgewandert kollekte gleich mal deine stone slabs damit ich dann an die steine rankommen so sehr schön ich bin mein stein ab dann kann ich mir gleich ein paar prozessoren holen und dann selber auf die suche gehen das müsste jetzt ok 3 erze kann ich abbauen ich habe aber noch keinen stone wieso habe ich noch keinen stone slab damit ich habe doch hier stone slabs gemacht ja ich baue mal die mine weiter aus aufs ähm und ich habe ein obsidian mining cell sehr schön hast du auch schon eine ne aber ich bräuchte gleich brauche noch hayward mining cell ist das nächste zeug stoß was ich nicht abbauen kann das obsidian mining cell so kann ich dann mal anlegen sehr schön obsidian mining cell habe ich an so und ich finde man glaube ich den party beenden die aufnahme machen wir das nächste mal weiter modi mal schauen gut zu wissen mal schauen nächsten donnerstag vielleicht mal schauen ja das wird schwer da bin ich nicht da aber dann übernächsten donnerstag wenn wir zeit und doof haben gut ähm ich würde mal sagen gehen wir mal raus stellen wir uns vor das haus das reinziehen ist ja bestimmt und dann beenden wir mal den part hier wo die heißt left the world verdammt hast du schon schluss gemacht ja klar gut na dann im nächsten stream geht es äh stream den stream tut es nicht nächsten aufnahmen geht es weiter an der mine ähm na dann was schnaubt mich das hier so an gut ähm glaube ich nach oben aber da lassen wir neu sein und wir sehen uns im nächsten part wieder in der nächsten aufnahme haut rein ciao